Schau Miraculous Ladybug im Disney Channel. Deinem Sohn geht es nicht gut. Ich weiß. Mach dir Adrians Kummer ja nicht zunutzer. Ich bin kein Monster. Ich bin hier, um ihn zu trösten. Immerhin bin ich sein Vater. Tut mir leid, dass ich nicht in der Schule bin. Ich bin nicht hier, um dich zu tadeln. Ich weiß. Wie sich ein gebrochenes Herz anfühlt. Du bist nicht so begeistert vom Alliance-Ring. Aber ich würde mich als Vater wohler fühlen, wenn du einen trägst. Damit kannst du mich jederzeit erreichen. Und im Gegensatz zu einem Handy verliert man ihn nicht. Es gibt sogar Apps, die deinen Schmerz lindern. Auf einer Skala von 1 bis 5, wie bewertest du deinen Kummer? Danke, Vater. Hm. Alliance, bitte schließ die App. Marinette Dupont-Cheng. Du warst wirklich eine vorbildliche Besitzerin des Miraculous des Marienkäfers. Du hast die Kraft der Erschaffung immer fürs Allgemeinwohl eingesetzt. Adrien Agreste. Du warst wirklich ein vorbildlicher Besitzer des Miraculous der Schwarzen Katze. Du hast die Kraft der Zerstörung immer fürs Allgemeinwohl eingesetzt. Ich wünschte, das könnte ich auch von mir sagen. Die Aufgabe, die du so gut ausgeführt hast, ist zu einer zu großen Last geworden und macht dich fertig. Deine Mission ist nun vorbei. Aber Monarch... Jemand wird dich ersetzen. Du wirst nichts mehr vor denen verstecken müssen, die du liebst. Du kannst endlich du selbst sein. Du musst das nicht tun, Dekki. Das bedeutet, dass du endlich in Adrien verliebt sein darfst. Das bedeutet, du darfst Marinette von deinen albernen, schnulzigen Gefühlen erzählen. Wir werden uns wiedersehen. Richtig, Dekki. Ich werde dich nie vergessen, Marinette. Du wirst mich nie vergessen, Adrien. Adrians Trauer ist sogar noch größer als zuvor. Da er jetzt eine Alliance hat, wird er ein noch mächtigerer akkumatisierter Superschurke.